Kapitel 1 Welche Faktoren haben das Weltbild der Renaissance geprägt? Die Renaissance erreichte im 14. Jahrhundert ihre Blütezeit in Südeuropa, vor allem in den Städten der italienischen Halbinsel. Das sich ändernde Weltbild und der Reichtum Italiens unterstützten Entwicklungen auf den Gebieten der Literatur, Malerei, Bildhauerei, Architektur und Bildung. Die Faktoren, die das Weltbild der Renaissance prägten, sind dieselben, auf die sich das heutige, westliche Weltbild gründet. In diesem Kapitel bekommst du Informationen, die dir helfen, die folgenden Fragen zu beantworten. Wie haben andere Gesellschaften den Weg für die Renaissance in Europa vorbereitet? Wie hat die Renaissance begonnen? Wie haben die gesellschaftlichen Strukturen des Mittelalters das damalige Weltbild reflektiert? Fokus auf Forschung Wie hat der Schwarze Tod das Weltbild der Menschen verändert? Wie hat das Städtewachstum das Weltbild verändert? Wie hat der Stadtstaat Florenz das Weltbild der Renaissance reflektiert? Was hat Venedig zur italienischen Renaissance beigetragen? Wie hat Genua das Weltbild der Renaissance geprägt? Jedes Jahrhundert ist ein Zeitraum von 100 Jahren. Das einzige Jahrhundert erstreckt sich von dem Jahr 1 bis zum Jahr 99. Die Zeitspanne von 13001399 ist das 14. Jahrhundert. Alle Jahre in diesem Zeitraum gehören zum 14. Jahrhundert. Dieser Text verwendet die übliche Art der Darstellung unserer Zeitrechnung ohne die Abkürzung UZ unserer Zeitrechnung. Daten, die sich auf Jahre vor unserer Zeitrechnung beziehen, erhalten die Abkürzung VUZ. Vor unserer Zeitrechnung Das Byzantinische Reich, der östliche Teil des Römischen Reiches, das vom 4. bis zum 15. Jahrhundert existierte. Vor 2000 Jahren gehörte fast ganz Europa zum Römischen Reich. Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, wurde das Reich im 4. Jahrhundert zweigeteilt. Der östliche Teil, genannt das Byzantinische Reich, bestand für die nächsten 1000 Jahre, bis zum 15. Jahrhundert. Der westliche Teil, noch immer das Römische Reich genannt, zerfiel allmählich in kleinere Staaten. Beide Reiche waren fast ausschließlich christlich. Untersuchung zum Thema Weltbild In der Geschichte Kanadas wurde das Weltbild einer Gruppe oftmals von dem Kontakt zu anderen Menschen beeinflusst. Denkt dabei an den Handel zwischen den verschiedenen First Nations oder an die Zeit der Besiedlung. Als Franzosen und Engländer mit den First Nations und den Inuit-Handel trieben, chinesische Gastarbeiter kamen nach, Nordamerika um Bahnstrecken zu bauen, ZB die Canadian Pacific, die sich über das ganze Land erstreckte, Ukrainer kamen nach Kanada und siedelten sich neben anderen Immigranten an. Kriegsbräute kamen nach dem Zwei-Weltkrieg aus Europa nach Kanada und lernten eine neue Gesellschaft. Kennen Kommen dir noch andere Beispiele in Sinn? Wähle ein Beispiel aus deinem Leben, das zeigt, wie sich dein Weltbild und deine Haltung verändert haben. Es könnte eine neue Situation gewesen sein oder eine Begegnung mit neuen oder einflussreichen Menschen. Es könnte auch der Wechsel von der Grundschule zur Mittelschule mit neuen Klassen oder die Teilnahme an der Schulband mit Auftritten in anderen Schulen oder Städten sein. Wenn du willst, kannst du dir auch ein Beispiel aus der kanadischen Geschichte aussuchen. Besprich deine Geschichte mit Klassenkameraden nach der unten stehenden Methode Denken besprechen teilen. Du sollst beschreiben, was vor, nach und beim Kontakt zwischen den zwei Gruppen geschah. Erkläre, wie sich das Weltbild jeder Gruppe nach dem Kontakt verändert hat. Die Renaissance ist auch eine Geschichte über den Kontakt zwischen Menschen. In diesem Kapitel wirst du den Kontakt mit anderen Gruppen als einen der drei Faktoren kennenlernen, die das Weltbild in Westeuropa geprägt haben. Untersuchungen zum Thema Weltbild sind Gruppenaktivitäten, die zu Beginn jedes Kapitels eingeführt werden. Sie setzen das Thema in den Kontext und bringen dich über die großen Ideen zum Nachdenken. Beispielsweise wirst du hier angeregt, über persönliche Situationen und Ereignisse in der Geschichte Kanadas nachzudenken, in denen das Weltbild, Werte und Glauben, durch den Kontakt mit anderen Gruppen und Individuen beeinflusst wurde. In diesem Kapitel wirst du lernen, wie sich das Weltbild in Europa durch den Austausch von neuen Kenntnissen und Ideen mit anderen Gesellschaften verändert hat. Wie haben andere Gesellschaften den Weg für die Renaissance in Europa vorbereitet? Zur Zeit des Mittelalters in Europa blühten in anderen Teilen der Welt viele Zivilisationen auf. In Amerika erreichte das Reich der Maya seinen Höhepunkt und das Reich der Inkas und das der Aztekenblüte auf. Zwischen dem 8. und 17. Jahrhundert entstanden auf dem afrikanischen Kontinent Imperien wie Ghana, Mali und Songhai, die zu wichtigen Bildungs- und Handelszentren wurden. Die Reiche aus Asien und Nordafrika hatten jedoch den größten Einfluss auf Europa beim Wandel vom Mittelalter zur Renaissance. Die Seidenstraße Schon seit dem 3. Jahrhundert VUZ, als sich das Römische Reich bis zum Nahen Osten erstreckte, erfreuten sich Menschen aus dem Westen über exotische Güter aus dem fernen China und Japan. Seide, Glaswaren, Papier oder Gewürze, wie ZB Pfeffer und Zimt, waren zu der Zeit sehr rar. Die Händler kamen zu Fuß oder in Karawanen über die Seidenstraße nach Europa. Manche Erfindungen, wie ZB das Wasserrad aus der Gegend von Damaskus, wurden in beide Richtungen verbreitet, von der islamischen Zivilisation im weiten Westen bis in den fernen Osten nach Kette, China. Äpfel aus Asien waren sowohl im Westen als auch im Osten begehrt. Orangen, ursprünglich aus China, fanden ihren Weg in den Mittelmeerraum. Das Mittelalter, eine geschichtliche Zeitspanne, die sich vom 4. Jahrhundert, dem Zerfall des Römischen Reiches, bis zum 14. Jahrhundert, dem Beginn der Renaissance, erstreckte. Für den Ursprung des Wortes Europa gibt es zwei mögliche Erklärungen. Nach der einen stammt das Wort aus dem Griechischen und bedeutet breites Gesicht. Nach der anderen stammt es vom arkadischen Wort Erebo, was so viel wie untergehen bedeutet. Für die Akkadier, die im heutigen Irak lebten, lag Europa im Westen, da wo die Sonne untergeht. Weintrauben vom Mittelmeer gelangten nach China. Weil die Güter durch so viele Hände wanderten, war ihr Ursprungsland am Ende unbekannt. Aber egal von wo diese Waren kamen, die Europäer begehrten sie. Dank der großen Nachfrage, wurden viele Menschen zu Händlern, die Verbindung der Gesellschaften entlang der Seidenstraße nahm ständig zu. Nicht alles, was über die Seidenstraße kam, war auch gut, Krankheiten verbreiteten sich von Karawane zu Karawane. Das wohl bekannteste Beispiel ist der Schwarze Tod, die Pest, der aus Asien in den Mittelmeerraum verschleppt wurde. Millionen Menschen aus Europa und Asien sind an dieser Krankheit gestorben. Noch wichtiger als die materiellen Güter waren die Ideen und Kenntnisse, die über die Seidenstraße kamen. Das Verständnis von Religion, Wissenschaft, Technologie, Philosophie, Musik und Mathematik wurde von Gesellschaft zu Gesellschaft entlang der Seidenstraße weitergegeben. Sie kamen mit anderen Weltbildern in Berührung. Ich frage mich, wie es wohl gewesen sein muss, als Händler auf der Seidenstraße zu reisen? Ich frage mich, welche Länder liegen heute an der Seidenstraße? Die Rolle der islamischen Zivilisation Der islamische Glaube ist im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel entstanden und breitete sich schnell über Nordafrika aus. Um 750 war das heutige Spanien unter muslimischer Herrschaft. Der Islam hat sich über den heutigen Irak und Iran, von Indien bis nach Indonesien ausgebreitet. Die wichtigsten Handelsstraßen kreuzten sich im Zentrum der islamischen Welt. Der gesamte Handel zwischen Europa und dem fernen Osten stand unter der Kontrolle der muslimischen Mittelsmänner. Dies wiederum bescherte der muslimischen Welt großen Reichtum. Noch Wichtiger aber war, dass die muslimischen Reiche im Mittelalter zu Zentren der Bildung wurden. Forschung und Bildung wurden vom muslimischen Glauben gefördert, Gelehrte sammelten Kenntnisse und Dokumente aus der ihnen bekannten Welt. Viele dieser Dokumente der islamischen Gelehrten befinden sich in den Bibliotheken von Bagdad, Kairo und Cordoba. Islamische Wissenschaftler und Gelehrte erlangten Kenntnisse auf vielen Gebieten. Die mathematischen Ideen aus Indien haben sie zum heutigen Zahlensystem entwickelt. Sie studierten Astronomie und machten die Bewegung der Planeten verständlich. Sie haben Navigationshilfen wie ZB das Astrolabium erfunden. Wissenschaftler, wie Ibn Sina, haben sich mit Krankheiten und dem menschlichen Körper beschäftigt und medizinische Schriften verfasst, die noch hunderte Jahre später genutzt wurden. Weise Männer und Astronomen im Aussichtsturm von Galater, Türkei, ottomanische Miniatur aus dem 16. Jahrhundert. Die Kenntnisse der islamischen Astronomen vom Mittelalter bis ins 16. Jahrhundert wurden von europäischen Wissenschaftlern genutzt. Wie hat die Renaissance begonnen? Zu Beginn des 14. Jahrhundert befand sich Europa noch im Mittelalter. Allmählich machten sich jedoch Veränderungen bemerkbar. Sie wurden durch den Kontakt zu anderen Kulturen und dem damit verbundenen Ideenaustausch beschleunigt. Gegen Ende des 14. Jahrhundert kam es vor allem in Italien zu großen und raschen Veränderungen. Die Gesellschaft bewegte sich einer neuen Epoche entgegen, die später Renaissance genannt wurde. Um die Vergangenheit besser zu verstehen, haben Historiker die verschiedenen Epochen mit Titeln oder Labeln versehen. So wird ZB in Europa die Zeitspanne zwischen 1350 bis 1600 Renaissance genannt. Die Epoche vom Zerfall des westlichen Teils des römischen Reiches bis hin zur Renaissance nennen wir das Mittelalter. Es befindet sich zwischen zwei wichtigen Epochen und dauerte vom 4. bis zum 14. Jahrhundert. Im Mittelalter hatten die meisten Christen aus Europa ein sehr religiöses Weltbild, in dem Gott im Mittelpunkt stand. Die Armen glaubten, sie würden nach einem kurzen, harten Leben als Belohnung in den Himmel kommen. Das war ihr Weltbild und sie akzeptierten es. Auch für die Reichen stand die Religion im Mittelpunkt. Sie glaubten an ein Leben nach dem Tod und spendeten der römisch-katholischen Kirche Geld und Eigentum, damit Gott sie mit dem Himmel belohnen würde. Da fast jeder Künstler und Denker für die Kirche arbeitete, wurden die Architektur und die Kunst des Mittelalters sehr von der Religion beeinflusst. Selten widersprach jemand der Kirche. Keiner wagte, die Bedeutung der Religion zu bezweifeln. Die Geistlichen waren Gottesvertreter auf Erden. Der Papst war ein mächtiger Mann und das Oberhaupt der Kirche, er herrschte sowohl über die römisch-katholische Kirche als auch über den päpstlichen Staat, dessen Zentrum in Rom war. Er hatte einen großen Einfluss auf Könige und ihre Königreiche, auch das Denken und Handeln der einfachen Menschen stand unter seinem großen Einfluss. Allerdings kam es zwischen den Monarchen und dem Papst oft zu Machtkämpfen. Früher haben die Historiker das Mittelalter in Europa oft als das dunkle Zeitalter bezeichnet. Solch ein Denken ist jetzt überholt. Historiker erkennen heute, dass Entwicklungen eher auf lokaler Ebene und nicht im großen Stil wie beim römischen Reich stattgefunden haben. Zur gleichen Zeit aber blühten große Zivilisationen in anderen Teilen der Erde auf. Chinesische, mongolische und indische Kulturen in Asien, Songhai in Afrika, islamische Kulturen in Asien, Afrika und Europa und die Kulturen der Maya und der Azteken in Mexiko und Mittelamerika. Die Kreuzzüge Im späten Mittelalter wurden in Europa Kreuzzüge organisiert, um den Nahen Osten von den Muslimen zurückzuerobern. Diese Gebiete waren für alle, Juden, Christen und Muslime, heilige Gebiete. Das Judentum, das Christentum und der Islam hatten dieselbe geschichtliche Grundlage. Jede Gruppe wollte diese Gebiete beherrschen. Die Christen waren der Meinung, das heilige Land sollte unter ihrer Kontrolle stehen. Aus der Geschichte wissen wir, dass die christliche Herrschaft über das heilige Land von kurzer Dauer war. Trotzdem hatte sie enorme Folgen für Europa. Ganze Armeen reisten durch das römische oder das byzantinische Reich und kamen mit der islamischen Welt in Berührung, wodurch sie eine ganz andere Lebensart kennenlernten. Tausende religiöser Pilger, Männer, Frauen und Kinder, besuchten die heiligen Städten und trafen dort auf verschiedene Gesellschaften. Die Europäer wurden sich der anderen Kulturen bewusst. Sie lernten neue Ideen und Kenntnisse, sowie neue Lebensmittel, Gewürze, Stoffe und andere exotische Waren kennen. Die Reisenden kehrten mit neuen Ansichten und Einstellungen nach Hause zurück und fanden zu einer neuen Denkweise über ihr Leben und ihre Gemeinschaft. Diese Karte stammt aus dem Mittelalter, 1335. Schau sie dir genau an. Opicinus de Canistris hat verschiedene Figuren benutzt, sowohl menschliche als auch nicht menschliche, um die verschiedenen Teile Europas darzustellen. Der Karte nach zu urteilen, wie haben die Menschen aus dieser Zeit die Welt gesehen. Der Kreuzzug, ein Feldzug für eine bestimmte Sache, ein christlicher Feldzug aus dem Mittelalter, um das heilige Land von den Muslimen zurückzuerobern. Das Judentum, die Religion der Juden, sie glauben an einen Gott, an die hebraische Bibel und die Lehren der Rabbiner, für die Christen ist es das Alte Testament. Das Christentum, die Religion der Christen, sie glauben an einen Gott, wie es im Alten Testament geschrieben steht und an die Lehren Jesu aus dem Neuen Testament. Der Islam, die Religion der Muslime, sie glauben an einen Gott, wie es im Koran geschrieben steht und an die Lehren Mohammeds. Der Pilger, eine Person, die aus religiösen Gründen einen heiligen Platz besucht. Kreuzzüge ins Heilige Land, 1095 bis 1291 Auf dieser Karte sind die Routen der verschiedenen Kreuzzüge zu sehen. In dem umkämpften Gebiet wechselte die Herrschaft ständig zwischen Christen und Muslimen. Die Kreuzzüge fanden über hunderte von Jahren statt. Die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen haben sich in Zeiten des Friedens und in Kriegszeiten unterschiedlich entwickelt. Im Mittelalter gehörten die meisten Westeuropäer zur römisch-katholischen Kirche. Andere Konfessionen gab es nicht. Einfluss Leonardo Pisano Fibonazzi Leonardo Pisano Fibonazzi, 1170 bis 1250, wurde in Pisa, Italien geboren. Aufgewachsen ist er jedoch in Nordafrika, umgeben von islamischen Gelehrten. Mit seinem Vater, der ein Kaufmann war, ist er in der ganzen Welt herumgereist. Fibonazzi hat die großen Vorteile der mathematischen Systeme aus der islamischen Welt sofort erkannt. In Europa wurde zu der Zeit noch das römische Zahlensystem benutzt. In seinem ersten Buch hat er die arabischen Ziffern und das arabische Stellenwertsystem erklärt. Besonders Kaufleute waren an seinem Buch interessiert, da es viele Probleme des Kaufens und Verkaufens enthielt. Sie konnten anhand der Matheaufgaben ihren Profit kalkulieren und auch Geld von einer Währung in die andere umrechnen. Im Buch gab es zudem auch Anleitungen für das Borgen und Laien von Geld. Das Rechnen mit arabischen Ziffern war für die Kaufleute viel einfacher. Diese Folge von Spiralen und Rechtecken ist bei Architekten beliebt, weil es das menschliche Auge erfreut. Fibonazzi hat im Mittelalter gelebt, aber er hat sowohl die Renaissance als auch die moderne Welt mit seinen mathematischen Entdeckungen beeinflusst. Fibonazzi ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Individuum, aus dem Wissen anderer neue Ideen formen und so die ganze Welt beeinflussen kann. Die Fibonazzi-Folge ist eine Reihe von Zahlen, in der eine Zahl immer gleich der Summe der zwei vorhergehenden Zahlen ist. Welches ist die nächste Zahl in diesem Beispiel? Im Diagramm wächst jeder Abschnitt der Spirale gemäß der Folge. In der Natur findet man viele solcher Beispiele, die Spiralen in Muscheln, die Samen der Sonnenblume oder die Tannenzapfen. Wie haben die gesellschaftlichen Strukturen des Mittelalters das damalige Weltbild reflektiert? Nach dem Zerfall des Römischen Reiches entwickelte sich in Europa das Feudalsystem. In diesem System haben Monarchen den Adligen oft Land für militärische Unterstützung gegeben. Es gab auch Fälle, wo mächtige Adlige durch Diplomatie überredet wurden, die Monarchen zu unterstützen und eine Allianz zu bilden. Die Adligen versprachen dem Monarchen im Falle eines Krieges Soldaten und Zubehör, außerdem zahlten sie ihm Steuern. Oft teilten sie ihr Land in kleinere Parzellen auf und gaben diese den niedrigeren Adligen oder den Rittern. Die einfachen Menschen waren meistens Leibeigene, die Bauern waren das Eigentum eines Gutsherrn und bearbeiteten sein Land. Sie besaßen ihr eigenes Haus, dürften aber nicht umziehen. Einen Teil ihrer Ernte mussten sie den Adligen abgeben, diese wiederum gaben den größten Teil dem König und der Königin. Die Leibeigenen mussten auch als Soldaten in den Krieg ziehen. Als Gegenleistung wurden sie von den Adligen gegen Eroberer beschützt. König Höherer Klerus Adlige Niedriger Adel Ritter Niedriger Klerus Leibeigene Bauern Das Feudalsystem war hierarchisch. An der Spitze stand der Monarch, er war der Mächtigste. Danach folgten der höhere Klerus und die Priester, sie besaßen oft Land und Leibeigene. Durch ihren Status und ihre Macht standen sie über den Adligen. Unter den Adligen standen die Ritter, der niedrige Adel und der niedrige Klerus. Obwohl die Leibeigenen die Mehrheit bildeten, 90 Prozent oder mehr, hatten sie keine Macht und standen ganz unten in dieser gesellschaftlichen Hierarchie. Wie haben die gesellschaftlichen Strukturen des Mittelalters das damalige Weltbild reflektiert? Nach dem Zerfall des Römischen Reiches entwickelte sich in Europa das Feudalsystem. In diesem System haben Monarchen den Adligen oft Land für militärische Unterstützung gegeben. Es gab auch Fälle, wo mächtige Adlige durch Diplomatie überredet wurden, die Monarchen zu unterstützen und eine Allianz zu bilden. Die Adligen versprachen dem Monarchen im Falle eines Krieges Soldaten und Zubehör, außerdem zahlten sie ihm Steuern. Oft teilten sie ihr Land in kleinere Parzellen auf und gaben diese den niedrigeren Adligen oder den Rittern. Die einfachen Menschen waren meistens Leibeigene, die Bauern waren das Eigentum eines Gutsherrn und bearbeiteten sein Land. Sie besaßen ihr eigenes Haus, dürften aber nicht umziehen. Einen Teil ihrer Ernte mussten sie den Adligen abgeben, diese wiederum gaben den größten Teil dem König und der Königin. Die Leibeigenen mussten auch als Soldaten in den Krieg ziehen. Als Gegenleistung wurden sie von den Adligen gegen Eroberer beschützt. König Höherer Klerus Adlige Niedriger Adel Ritter, niedriger Klerus Leibeigene Bauern Das Feudalsystem war hierarchisch. An der Spitze stand der Monarch, er war der Mächtigste. Danach folgten der höhere Klerus und die Priester, sie besaßen oft Land und Leibeigene. Durch ihren Status und ihre Macht standen sie über den Adligen. Unter den Adligen standen die Ritter, der niedrige Adel und der niedrige Klerus. Obwohl die Leibeigenen die Mehrheit bildeten, 90% oder mehr, hatten sie keine Macht und standen ganz unten in dieser gesellschaftlichen Hierarchie. Die Identität der Leibeigenen war eng mit ihrem Gutsherrn verbunden. Ihre Kinder waren von Geburt an Leibeigene, ihren Stand zu verlassen, wäre ihnen nie in den Sinn gekommen. Durch das Feudalsystem mit seinen starren Regierungs- und Gesellschaftsstrukturen passte das einfach nicht in ihr mittelalterliches Weltbild. Die Religion spielte eine wichtige Rolle dabei, die Menschen akzeptierten einfach den Stand der Dinge. Sie glaubten, ihr Leben sei von Gott bestimmt und sein Wille wurde nie in Frage gestellt. Die Gesellschaft war größtenteils in Arm und Reich geteilt. Die Adligen und die Gutsherrn wohnten in ihren prächtigen Schlößern oder befestigten Gutshäusern. Mit im Schloss lebten die Diener, sie kochten, machten sauber oder stellten Waffen her. Außerhalb der Schlossmauern wohnten die Leibeigenen und die Bauern in ihren Hütten. Lestres' Riches Urdu-Duc de Berry ist ein Stundenbuch der Limburg-Brüder, 1412 bis 1416. Es gibt keine Fotos von der Renaissance, nur Gemälde und Zeichnungen. Die Zeichnungen stammen aus einem Stundenbuch, es gehörte dem französischen Herzog Jean, Duc de Berry. Stundenbücher waren Bildbände mit Gebeten für verschiedene Tageszeiten. Sie waren eindrucksvolle Kunstwerke und daher sehr teuer, sodass nur die Reichen, die Könige und die Adligen sich solche Bücher leisten konnten. Links im Bild geht ein Bauer hinter einem Flug, der von Ochsen gezogen wird. Im Hintergrund arbeiten mehrere Bauern in einem Weinberg, hüten Schafe und bereiten den Samen für die Saat vor. Auf der rechten Seite kann man ein paar Damen, den Duc de Berry in einem prächtigen, blauen Gewand und seine Begleiter sehen. Im Hintergrund sieht man das Schloss und seinen Garten und davor ein paar Fischer mit ihren Netzen. Was kann man aus diesen Bildern über das Leben der Adligen und der Bauern erfahren? Würdest du ein paar Unterschiede in ihrem jeweiligen Weltbild finden? Die Identität der Leibeigenen war eng mit ihrem Gutsherrn verbunden. Ihre Kinder waren von Geburt an Leibeigene, ihren Stand zu verlassen, wäre ihnen nie in den Sinn gekommen. Durch das Feudalsystem mit seinen starren Regierungs- und Gesellschaftsstrukturen passte das einfach nicht in ihr mittelalterliches Weltbild. Die Religion spielte eine wichtige Rolle dabei, die Menschen akzeptierten einfach den Stand der Dinge. Sie glaubten, ihr Leben sei von Gott bestimmt und sein Wille wurde nie in Frage gestellt. Die Gesellschaft war größtenteils in Arm und Reich geteilt. Die Adligen und die Gutsherrn wohnten in ihren prächtigen Schlößern oder befestigten Gutshäusern. Mit im Schloss lebten die Diener, sie kochten, machten sauber oder stellten Waffen her. Außerhalb der Schlossmauern wohnten die Leibeigenen und die Bauern in ihren Hütten. Fokus auf Forschung Wie hat der Schwarze Tod das Weltbild der Menschen verändert? Die Geschichte sagt uns. Gegen Ende des Mittelalters, genauer gesagt im Hebst des Jahres 1347, kamen Handelsschiffe aus Genua vom Schwarzen Meer zurück und landeten in Sizilien. Die Seeleute waren bereits tot oder starben an einer unbekannten Krankheit. In ihren Achseln und Leisten hatten sie schmerzhafte, schwarze Beulen, aus denen Eiter und Blut sickerte. Wegen innerer Blutungen war ihre Haut voll mit blauen Flecken, ihr Atem, Schweiß, Blut, Urin und Stuhl stanken fürchterlich. Nachdem sie sich angesteckt hatten, starben die meisten Seeleute innerhalb von drei bis fünf Tagen. Die Krankheit war die Beulenpest, eine sehr ansteckende Krankheit. Zwischen 1347 und 1410 trat die Pest in Europa mindestens sechsmal auf, jedes Mal dauerte sie vier bis sechs Monate. Im Winter verschwand sie, trat aber im Frühjahr wieder auf. Die erste Epidemie aus Europa, Pest oder die große Sterblichkeit genannt, dauerte von 1347 bis 1350. Bis ins späte 18. Jahrhundert kam es immer wieder zu Ausbrüchen. Ich frage mich, warum die Beulenpest auch schwarzer Tod genannt wurde. Ich frage mich, sind auch die Ratten an der Pest erkrankt? Ich frage mich, warum war die Pest während des Winters verschwunden? Fast 500 Jahre nach der ersten Epidemie entdeckten die Wissenschaftler die Ursache für die Beulenpest. Ratten, die man zu der Zeit überall in Europa finden konnte, schleppten Flöhe mit sich. Die Pest wurde von Bakterien ausgelöst, die auf den Flöhen lebten. Da Flöhe springen können, gelangten die Bakterien von den Ratten zu den Menschen. Die Geschichtsschreiber sind der Meinung, dass die Pest zuerst in Asien aufgetaucht ist und sich von da aus über den gesamten europäischen Kontinent verbreitet hat. Die Pest hat sich sehr schnell verbreitet und manchmal kam der Tod schon nach einem Tag. Im 14. Jahrhundert wusste man sehr wenig über den Zusammenhang zwischen Hygiene und Krankheit, außerdem waren im Mittelalter sehr schlechte sanitäre Einrichtungen vorhanden. Keiner war sicher vor der Pest. Sie erwischte alle, die Reichen und Armen, die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten. Gegen die Krankheit gab es keine Heilmittel und Vorbeugen konnte man auch nicht. Die Armen aus Italien waren besonders gefährdet, weil Es wegen Überschwemmungen und Hungersnot an Lebensmitteln mangelte. Wegen eines Erdbebens viele Menschen obdachlos waren. Wegen der außergewöhnlichen Kälte viele gezwungen waren, in kleinen, verschmutzen Räumen zu wohnen. Die Menschen versuchten zu verstehen, was der Grund für die Pest war. Warum brachte sie ganze Familien und Dörfer um? Warum zerstörte sie ihr Leben und ihre Arbeit? Ärzte, die glaubten, dass Gesundheit und Astrologie eng miteinander verknüpft sind, waren davon überzeugt, dass die Pest von der Bewegung der Planeten Saturn, Jupiter und Mars hervorgerufen worden war. Andere Menschen glaubten, die Pest sei eine Strafe Gottes. Andere wiederum glaubten, der Teufel oder Zauberei hätte sie hervorgerufen. Andere glaubten, dass Weihrauch die Luft reinigen würde und die Pest fernhalten könnte. Andere wiesen die Schuld auf Volksgruppen, die anders waren als ihre eigene Gruppe. Keiner weiß genau, wie viele Menschen an der Beulenpest-Epidemie gestorben sind. Die meisten Historiker sind sich jedoch einig, dass im Jahr 1400 nur noch halb so viele Menschen in Europa lebten als 200 Jahre früher. In den Städten gab es die meisten Tote, aber sobald eine ländliche Gemeinschaft infiziert war, kamen fast 90 Prozent ihrer Bevölkerung um. Es gab so viele Tote, dass die Leichen in Massengräbern beerdigt wurden oder einfach auf der Straße verwiesten. Weil zu der Zeit in Europa viele Dörfer keine Namen hatten, die Armen nur Vornamen besaßen und Volkszählungen selten eingetragen wurden, sind ganze Dörfer und Familien spurlos verschwunden. Die Überlebenden hatten oft keine Familie oder Freunde und siedelten in die Stadt, um sich dort einen Unterhalt zu verdienen. Ich frage mich, warum sind mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land gestorben? Ich frage mich, was würde passieren, wenn heute eine tödliche Pest in meine Gemeinde käme? Ich frage mich, wenn die Pest tatsächlich in meine Gemeinde kommen würde, wie würde sich meine Denkweise ändern, was meine Familie oder meine Freunde betrifft? Wie würde sich meine Weltanschauung ändern? Ich frage mich, wieso hatten die Armen nur Vornamen? Der Todestanz, Janitz Kastav, 14. Jahrhundert, Fresko-Gemälde in der Trinitatiskirche, Rastovlie, Slowenien. In den Kunstwerken aus diesem Jahrhundert findet man Bilder vom Tod, der allgegenwärtig war. Wie hat das Städtewachstum das Weltbild verändert? Der Handel Gegen Ende des Mittelalters wollten die Europäer immer mehr exotische Güter haben, wie ZB-Seide oder Gewürze, die von den Kreuzrittern eingeführt worden waren. Die Kaufleute brauchten neue Handelsrouten nach Afrika und dem Nahen Osten, sowie nach Indien und China. Zu diesem Zweck heuerten sie Abenteurer und Seeleute an. Diese neuen der Stadt statt, eine Stadt, die sich und ihre Umgebung selbst regiert. Handelsrouten brachten der westlichen Welt einen wirtschaftlichen Aufschwung, den sie seit der Zeit des Römischen Reiches nicht mehr erlebt hatte. Durch den zunehmenden Kontakt mit anderen Kulturen und Gesellschaften wegen der seltenen Lebensmittel, Stoffe und sonstigen Produkte, stießen die Europäer auch auf neue Ideen und Kenntnisse. Die meisten stammten aus der islamischen Welt, die sich zwischen Europa, Afrika und dem fernen Osten, China und Japan, befand. In Europa gab es immer mehr reiche Kaufleute und Händler. Sie bildeten eine starke neue Klasse außerhalb der feudalen Hierarchie. Durch ihren Reichtum waren sie in der Lage, Herrschende zu beeinflussen und das Weltbild zu verändern. Die starre Struktur des Feudalsystems löste sich langsam, die Menschen mussten nicht in dem Stand bleiben, in den sie hineingeboren waren, sie konnten aufsteigen. Der steigende Handel führte zu einem Wachstum der Städte. Um die Mitte des 14. Jahrhundert waren Paris, Florenz, Venedig und Genua die größten Städte in Europa, jede zählte über 100.000 Einwohner. Mit dem Wachstum der städtischen Bevölkerung stieg auch die Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen Produkten. Es führte zu einem Wandel in der Lebensart der Menschen. Menschen gründeten Geschäfte, um die Stadtbevölkerung zu versorgen und es entwickelte sich die neue Klasse der reichen Kaufleute. Wichtige italienische Stadtstaaten Die Industrie spezialisierte sich auf die Herstellung von Handelsgütern, wie ZB-Textilien, Möbeln und auf das Handwerk. Immer mehr Menschen kamen in die Städte, um in diesen neuen Industriebranchen zu arbeiten. Für die Arbeiter gab es neue Arbeitsplätze, die nicht mehr an das Feudalsystem gebunden waren, daher wurden sie immer unabhängiger von den Adligen. Durch den Handel, die Industrie und das Bankwesen, wurden manche Gemeinschaften so wohlhabend und mächtig, dass sie Stadtstaaten wurden. In den Menschen erwachte ein Gefühl der Zugehörigkeit, sie gehörten jetzt zu einer Gemeinschaft, nicht nur zu ihrem Gutsherrn. Urbanisierung Nach der ersten Beulenpestepidemie im Jahr 1350 gab es in Europa einen großen Aufruhr. Es gab zu wenige Bauern, die säen und ernten konnten. Für die Bauern war es leichter in der Stadt zu arbeiten und zu leben, also siedelten viele in die Städte am Mittelmeer. Die Adligen, die jetzt keine Arbeiter mehr hatten, zogen auch in diese Städte. In den Städten gab es bessere Arbeitsmöglichkeiten, erstens weil sie im Mittelmeerraum einen guten Handel etabliert hatten und zweitens, weil sie bereits eine erfolgreiche Schifffahrtsindustrie besaßen. 50 Jahre nach der ersten Beulenpest hatten sich Florenz, Genua, Venedig und Mailand zu mächtigen Städten entwickelt. Sie wurden zu den erfolgreichsten Wirtschaftszentren für Banken, Gewerbe, Handel und Industrie in Westeuropa. Es gibt keine genauen Daten für den Anfang oder das Ende einer gewissen Epoche. Die Renaissance hat weder an einem bestimmten Tag begonnen noch kam sie zu einem abrupten Ende. Sie hat sich allmählich aus dem Mittelalter entwickelt und sie hatte noch vieles mit dem Mittelalter gemein. Manche Geschichtsschreiber setzen den Beginn der Renaissance viel früher an, früher als die Mitte des 14. Jahrhundert, andere behaupten ihr Ende sei vor dem 16. Jahrhundert gewesen. Diese verschiedenen Ansichten sind nicht einfach nur eine Beschreibung der Zeit, sondern geben Werturteile, um das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu erklären. Nach dem Zerfall des westlichen Teils des Römischen Reiches, hielten die Gesellschaften aus dem heutigen Italien, stärker als die anderen aus Europa, an der antiken, römischen Lebensart fest. Viele Sachen erinnerten sie an die Macht und den Ruhm des antiken Römischen Reiches, Ruinen der Gebäude, auf dem Bild sieht man das Kolosseum, Aquädukte, Straßen, Städte, Statuen und Artefakte. Für das Aufblühen der italienischen Stadtstaaten gab es mehrere Gründe. Die Gebirge im Norden Italiens boten Schutz gegen Eroberer. Dadurch konnten sich die Stadtstaaten gut entwickeln. Die italienischen Handelsstädte begannen schon im 10. Jahrhundert. Aufzublühen, das Leben auf der italienischen Halbinsel hatte sich viel. Früher in die Städte verlagert als in Nordeuropa. Dank dieser Urbanisierung und dem Mangel an Ackerland hatte sich Das Feudalsystem in Italien nicht so gut entwickelt. Die Ruinen der glorreichen Stadtstaaten von Rom erinnerten die Bevölkerung daran, wie effektiv dieser Regierungsstil gewesen war. Die Verlegung des päpstlichen Hofes, Papsttum, von Rom nach Avignon, Südfrankreich, schwächte die Macht der römisch-katholischen Kirche über die italienischen Stadtstaaten. Diese Stadtstaaten konnten sich jetzt selbst regieren, ohne dass sich die Kirche einmischte. Sie waren vollkommen selbstständig, viele organisierten sich anfangs zu individuellen Republiken. Zu Beginn waren die meisten Stadtstaaten eine Republik. Eine Republik wird von einer Gruppe von Bürgern regiert, nicht von einem Monarchen. Im späten Mittelalter gehörten die mächtigsten Bürger aus diesen Republiken zum neuen Stand der reichen Kaufleute. Zu Beginn des 14. Jahrhundert stellte sich heraus, dass die meisten demokratischen Regierungen versagt hatten. Die Stadtstaaten wurden zum größten Teil von Despoten oder von Oligarchien regiert. Weiter hinten im Buch wirst du erfahren, dass die mächtigen Stadtstaaten Florenz und Venedig von Oligarchien und Genua von einem Despoten regiert wurden. Die Stadtstaaten führten oft Kriege um Gebiete oder Handelsrouten. Nach jahrzehntelangen Kämpfen unterschrieben die Stadtstaaten von Florenz, Venedig, Mailand und Neapel im Jahr 1454 endlich den Vertrag von Lodi, für die nächsten 40 Jahre sorgte er für relative Stabilität in dem Gebiet. Durch diesen Vertrag gründeten Mailand und Neapel eine Allianz mit Florenz, und Venedig wurde vom Papsttum unterstützt. Es wurde vereinbart, dass kein Stadtstaat so mächtig werden dürfte, dass er einen anderen bedrohen oder stürzen konnte. Ohne Kriegsgefahr gelang es den Stadtstaaten, sich auf den Handel zu konzentrieren und großen Reichtum zu erlangen. Italien wurde zuerst von Stämmen besiedelt und mit der Zeit entwickelten sich allmählich mächtige Stadtstaaten in diesen Gebieten. Einer dieser Stämme hieß Italy und hatte sich im Süden der Halbinsel angesiedelt. Anfangs nannten die alten Römer alles, was südlich von Rom lag, Italy. Gegen Ende des 15. Jahrhundert begannen die Stadtstaaten Botschafter in fremde Länder zu senden. Die Rolle eines Botschafters war, ständigen Kontakt mit Regierungen, die entweder potenzielle Verbündete oder Feinde werden konnten, zu halten. Bündnisse wurden oft durch eine Heirat besiegelt. Beziehungen und Bündnisse wurden diplomatisch gepflegt, um die Souveränität und den Handel zu schützen. Porträt von Caterina de Medici, unbekannter französischer Künstler, 16. Jahrhundert Um die Beziehungen zwischen Frankreich und Florenz zu stärken, wurde Cessrin de Medici, die Tochter des Gouverneurs aus Florenz, 1533 mit Prinz Henri verheiratet. Nach seiner Thronbesteigung wurde er König von Frankreich, Henri LL und Cessrin Königin von Frankreich. Die Ideen der Renaissance verbreiteten sich jetzt von einem Königshof zum anderen. Heute errichten viele Regierungen Botschaften in fremden Ländern. Die Botschafter arbeiten diplomatisch mit diesen Ländern zusammen, um die wirtschaftlichen und politischen Interessen ihres eigenen Landes zu fördern. Kompetenzbereich Schlage im Kompetenzbereich nach, um zu sehen, wie man grafische Darstellungen und Tabellen benutzt. Um den Frieden zwischen den Stadtstaaten und Ländern zu bewahren und den Handel voranzutreiben, wurde die Diplomatie immer wichtiger. Ich frage mich, welche Rolle spielt Diplomatie heutzutage? Epochen erhalten einen Namen und einen Platz in der Geschichte, nachdem sie längst vergangen sind. Die Menschen, die zwischen 1350 und 1600 gelebt hatten, haben das Wort Renaissance nicht benutzt, um diese Zeitspanne zu beschreiben. Gleiche Zeit, anderer Ort Städte, 15. Jahrhundert Timbuktu, Westafrika Timbuktu war ein wichtiges islamisches Handelszentrum, es lag am Rande der Sahara-Wüste am Fluss Niger im heutigen Mali. Als die größte Stadt im Songhai-Reich, dem größten in Afrika, entwickelte sie sich zu einem wichtigen Zentrum für Religion, Bildung und Kultur. Mit seinen 25.000 Studenten war die Universität Sankore die größte der Welt. Islamische Gelehrte kamen von überall nach Sankore. Die Kenntnisse aus Timbuktu gelangten allmählich auch nach Europa und führten dort zur Renaissance. Kutzko, Südamerika Kutzko war das Zentrum der Inka-Zivilisation, dem mächtigsten Reich in Südamerika und die reichste Stadt aus der Neuen Welt. Zwölf Millionen Menschen lebten hier, die Straßen erstreckten sich von Kolumbien bis nach Chile, 22.000 Kilometer. Die Form der Stadt ähnelte der des heiligen Puma und besaß Gebäude aus Stein, Schlösser und Tempel, sowie Häuser für die Bürgerlichen. Überall schimmerte Gold, auf den Tempeln, den Gebäuden, den asphaltierten Straßen und in den kunstvollen Gärten. Der reichste Tempel war voller Gold und Silber und diente zum Anbeten der Sonne. Kahukia, Nordamerika Kahukia heißt eine große Stadt, die von dem Volk der Mississippi aufgebaut wurde. Vermutlich sind diese Menschen die Vorfahren der Osage, Omaha, Ponca und Corporal First Nations. Das Gebiet befindet sich im heutigen Irrenau. Diese Stadt existierte zwischen 650 und 1400. Heute sind nur noch Erdhügel von ihr übrig geblieben. Der größte davon ist 30 m hoch und hat eine Grundfläche von 316 m mal 241 m. Auf ihm stand einst ein Gebäude so groß wie ein Fußballfeld und 15 m hoch. Diese Konstruktion war größer als die Cheops-Pyramide in Ägypten. Die Piazza dieser Struktur ist die größte, der je auf Erden konstruiert wurde. Bis jetzt hat man 109 Erdhügel gefunden. In der Stadt wohnten einst 0000 Menschen, mehr als in London. Kahukia hatte Handelsbeziehungen in ganz Nordamerika. Ich frage mich, gibt es noch heute große Städte, die zu Stadtstaaten werden? Der Beitrag Gleiche Zeit anderer Ort stellt Ereignisse anderer Gesellschaften in der Welt vor, die zur selben Zeit stattgefunden haben, wie die der Fallstudie. Wie hat der Stadtstaat Florenz das Weltbild der Renaissance reflektiert? Politische und wirtschaftliche Systeme Florenz, auf Italienisch Firenza genannt, entwickelte sich im nördlichen Italien zu einem Stadtstaat. Sie lag am Fluss Arno, der schon seit ein paar einhundert Jahren als Handelsroute benutzt wurde. Kaufleute und Händler waren in Florenz schon vor der Zeit des Römischen Reiches erfolgreich. Während der Renaissance wurden mit dem zunehmenden Handel auch Bankiers, sowie Seiden- und Wollhändlerreich. Die reichen Bankherren unterstützten den Papst in Rom, im Gegenzug dürften sie die finanziellen Geschäfte des Papsttums regeln. Durch ihr Bankengeschäft kamen die Florentiner mit anderen Gesellschaften und Kulturen in Kontakt. Die neuen Ideen und Kenntnisse, die sie dadurch erworben hatten, verbreiteten sie in ganz Westeuropa. Florenz war einer der reichsten Stadtstaaten und es gelang ihm die benachbarten Städte, Lucca, Arezzo und Livorno, von ihren Herrschern abzukaufen. Somit beherrschte Florenz mehr und mehr Gebiete aus der Region. Wie auch die anderen Stadtstaaten war Florenz anfangs eine Republik, wegen Machtkämpfen zwischen den verschiedenen Gruppen zerfiel die Republik jedoch. 1435 übernahm die mächtige Familie der Medici die Kontrolle über die Stadt. Unter ihrer Herrschaft entwickelte sich Florenz zum Zentrum der italienischen Renaissance. Carta della Cantena, italienische Schule, 1490 Panoramablick von Florenz und dem Fluss Arno Landkarte von Florenz aus dem 15. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter. Die Hügel um Florenz herum eigneten sich nicht für Landwirtschaft, waren aber für Schafzucht ideal. Dadurch wurde die Stadt zu einem Zentrum für Wollindustrie. Gesellschaftssysteme Die Gesellschaft aus Florenz beruhte auf einem Standessystem. Trotzdem konnten die Kaufleute in der Gesellschaftsleiter aufsteigen, denn mit ihrem Reichtum stieg auch ihr Ansehen in der Gesellschaft. Die Menschen aus Dem Stand der Kaufleute waren die Populo Grasso, die fetten Leute. Sie waren in Gilden organisiert, z.B. die Gilde der Wollhändler, der Seidenhändler und die der Bankiers. Die Gilden waren vergleichbar zu den heutigen Gewerkschaften. Die Arbeiter und Ladenbesitzer nannte man Populo Minuto, die kleinen Leute. Die meisten Arbeiter waren Bauern, die in die Stadt gekommen waren, um in der Textilindustrie zu arbeiten. Sie dürften keiner Gilde beitreten. Den Adligen oder der Oberschicht gehörte das meiste Land, sie selber wohnten auf einem Gutshof außerhalb der Stadt. Kultur Als die Familie der Medici in Florenz an der Macht war, entwickelte sich dieser Stadtstaat in der Renaissance zu einem wichtigen Kulturzentrum. Die von ihnen unterstützten Künstler, Architekten und Gelehrten schufen Wunderwerke der Kultur und Architektur, sowie wissenschaftliches Denken. Ideale von pflichtbewussten Bürgern wurden gefördert und die Reichen und Mächtigen fühlten sich dazu verpflichtet, sich positiv zu engagieren. Der Florin war die erste Goldmünze in Europa, in Florenz geprägt, mit ihr wurde in Europa Geld als Zahlungsmittel eingeführt. Es löste den Tauschhandel ab, bei dem ein Produkt gegen ein anderes getauscht wurde. Weil die Bankiersfamilien so mächtig und einflussreich waren und weil die Münze aus hochwertigem Gold war, wurde sie während der Renaissance zur Standardwährung in Europa. Ich frage mich, gibt es heute in der Welt eine Standardwährung? Kurzbiografie Die Medici-Familie Die Medici-Familie war über 300 Jahre lang, von Mitte des 15. bis zur Mitte des 18. J.H., eine der einflussreichsten Familien in Florenz. Die Regierung stand unter ihrer Kontrolle, außerdem war die Oligarchie so reich, dass sie manche der herrlichsten Kirchen, Gebäude und Monumenter aus Florenz finanzierten. Die berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten der Renaissance einstellten und förderten. Die Werke der klassischen griechischen und römischen Dichter sammelten und studierten. Veranstaltungen organisierten, auf denen über Kunst und Ideen diskutiert wurde. Weil Cosimo de Medici die Kunst und die öffentlichen Gebäude aus Florenz unterstützte, wurde er auch Pater Patrie, also Vater seines Landes, genannt. Zu diesen Gebäuden, in denen Gelehrte zusammenkamen, um über die griechische Klassik zu diskutieren, gehören, Kirchen, Klöster, die Medici-Bibliothek und die Plato-Akademie. Er war nicht nur ein großzügiger Schirmherr der Künste, sondern auch ein ausgezeichneter Staatsmann, der die Verhandlungen zu dem Lodi-Vertrag führte, welcher den Stadtstaaten Florenz, Venedig, Mailand, Rom und Neapel endlich Frieden bescherte. Sein Enkelsohn, Lorenzo de Medici, 1449 bis 1492, wurde auch Lorenzo der Herrliche genannt. Von seinem Großvater übernahm er die Führung von Florenz und wurde auch ein großer Schirmherr der Künste. Er war selbst Dichter und unterstützte einige der größten Künstler der Renaissance, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Im Gegensatz zu seinem Großvater finanzierte er aber keine öffentlichen Gebäude, sondern legte sich eine private Kunst- und Antiquitäten-Sammlung an. Nachdem eine Verschwörung gegen ihn misslungen war, bei der sein Bruder allerdings getötet wurde, fand er weiterhin die Unterstützung der Bevölkerung und behielt die Kontrolle über den Stadtstaat. Nach seinem Tod wurde Italien von französischen Truppen überfallen und die Medici verloren ihre Machtstellung. Was hat Venedig zur italienischen Renaissance beigetragen? Venedig, auf italienisch Venezia, wurde im 5. Jahrhundert vom Stamm der Veneto auf seichten Inseln, entlang der adriatischen Küste gegründet, sie kamen aus Sicherheitsgründen in die Lagune. Venedig wurde von verschiedenen Gruppen regiert und entwickelte sich Anfang des 13. Jahrhundert zu einer der florierendsten Handelsstädte in Europa. Heute ist Venedig eine der schönsten und romantischsten Städte der Welt. Aus dem Byzantinischen Reich, aus Asien und der islamischen Welt gelangten im Mittelalter exotische Handelsgüter nach Venedig. Begünstigt durch seine Lage zwischen Europa und der Ostküste des Mittelmeers waren alle Häfen aus diesem Gebiet, Adriatisches Meer und Ostmittelmeer, unter seiner Kontrolle. Die Güter, die die Handelsflotte Venedigs aus dem Osten mitgebracht hatte, wurden auf Land- und Seerouten an die Verbraucher aus ganz Europa verschickt. Durch diese wichtige Hafenstadt kamen nicht nur Güter aus dem Osten nach Europa, sondern auch Ideen und Kenntnisse. Gesellschaftssysteme In Venedig gab es drei soziale Schichten. Die Aristokratie war die Oberschicht, zu der die Familien der Adligen gehörten, die seit jeher, aus der Zeit der Stämme, in Venedig an der Macht waren und die eine Regierung wählen dürften. Unter der Aristokratie standen die Cittadini originarii, die echten Bürger, der Republik, die im öffentlichen Dienst arbeiten dürften, aber nicht wählen konnten. Zu der dritten Schicht gehörte das einfache Volk, das ein paar Rechte hatte, aber nur begrenzt in Regierungsämtern arbeiten dürfte. Die St. Markus Basilika, errichtet zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert, ist eine Mischung aus östlicher und westlicher Architektur. Sie erinnert an den Kontakt Venedigs zu anderen Kulturen, byzantinische Architekten haben mit der Konstruktion begonnen und Renaissance-Architekten haben sie vollendet. Die schönen Kathedralen der Stadtstaaten werden auch heute noch benutzt. Sie zeigen, was für eine wichtige Rolle Religion im Leben der Menschen im Mittelalter und während der Renaissance gespielt hat. Ich frage mich, was sagen bedeutende Gebäude aus unserer Zeit über unser Weltbild aus? Marco Polo ist durch seine Abenteuergeschichten von seiner Reise nach Kette, China, berühmt geworden. In jungen Jahren reiste er mit seinem Vater, einem Händler, auf der Seidenstraße. Hin und zurück dauerte die Reise nach Kette 17 Jahre. Schau dir die Karte der Seidenstraße, S16 und 17, noch einmal an. Als sie 1295 nach Venedig zurückkamen, waren die Menschen von seinen Geschichten über seine Erfahrungen und die exotischen Gesellschaften begeistert. In ganz Europa wurde sein Buch Il Milione, die Million, mit Begeisterung gelesen. Manche Historiker halten seine Geschichte jedoch für eine Märchensammlung aus verschiedenen Quellen und nicht über seine eigenen Abenteuer. Venedig war seit dem frühen Mittelalter das wichtigste Handelszentrum mit der islamischen Welt. Viele Begriffe der Mathematik, Schifffahrt und des Handels kamen durch die Händler nach Europa. Viele Wörter und Konzepte wurden aus dem Arabischen ins Englische übernommen. Admiral, Amir Alba Befehlshaber der Meere Alfalfa, Alphas, Phas, Afutter Algebra, Algebra Reintegration Kaliko, Qualik, Tee von Calicut, einer Stadt aus Indien Kende, Kandi verzuckert gesüßt, aus Indien Chique, Scha, Haarkönig Koffee, Kava Kaffee Cotton, Kutienbaumwolle Crimson, Kermazi, von Quirmis, dem Insekt, das den Farbstoff liefert Giraffe, Zara, F.A. Giraffe Ja, Yara, große irdene Vase Lemon, Laimo, in Zitrone Lilac, Li, La, Kafflida Matress, Matramatte, Kissen Mummi, Mu, Mia, einbalsamierter Körper Orange, Na, Rani Orange, ursprünglich aus Sanskrit Safari, Safari, Y-Reise, Satang, Zaito, Ni, aus Zaiton, einer Stadt in China Sofa, S, Ufa, ein Podium mit Kissen Sugar, Suka, Zucker, ursprünglich aus Sanskrit Tamburain, Tanbu, eher kleine Shell-Entrommel Tarif, Tarifa, Preisliste, Anzeige Zero, S, Ifa Leer Regierung Venedig war eine Republik An der Spitze der Regierung stand der Doge 1297 hatte eine Gruppe Adliger beschlossen, dass nur ihre Familien der Regierung oder dem großen Rat angehören konnten und den Doge wählen dürften Obwohl diese Familien nur zwei R-Bevölkerung ausmachten, gehörten sie zur Oligarchie, die über Venedig herrschte Trotzdem gelang es vielen Cittadini originarii als Kaufleute reich zu werden und sich Stellungen in der Aristokratie zu kaufen Nur der Senat und der große Rat dürften Entscheidungen treffen Der Doge wurde an die Spitze des Senats gewählt und blieb lebenslang im Amt Er hatte allerdings nicht viel Macht, weil die Mitglieder aus dem großen Rat über ihn herrschten Skwole Aus reiner Bürgerpflicht gründeten die Bewohner der Stadt Venedig eine neue Institution, die Skula, sie beruhte auf religiösen Vorstellungen Skwole, Plural, waren Vereine, die sich regelmäßig zum Gebet trafen, Spenden für gute Zwecke sammelten und, was am wichtigsten war, für ihre kranken, sterbenden oder toten Mitglieder Messen hielten Die Venezianer fürchteten sich davor, für die in diesem Leben begangenen Sünden nach ihrem Tod bestraft zu werden Gute Taten und Spenden für die Armen sollte die Strafe mildern In der Bruderschaft der Skwole konnten sie mit vereinten Kräften dieser Pflicht nachkommen Kleinere Skwole veranstalteten Spendenaktionen für ihre Mitglieder und waren Vorläufer der Arbeitslosenversicherung Reiche und arme Mitglieder spendeten jeder, was er konnte und das gesammelte Geld kam den Älteren, Kranken und den Witwen und ihren Kindern zugute Skwole Grandi waren große Skwole mit über 500 Mitgliedern, darunter viele reiche Mitglieder Sie hatten allmählich ein riesiges Vermögen angehäuft Damit konnten sie vielen Bedürftigen aus Venedig helfen Sie hoben das Ansehen ihrer Skwole, indem sie das Stadtbild Venedigs verschönerten Sie bauten großartige Versammlungshallen und schmückten sie mit wertvollen Kunstwerken Venedig gewinnt an Bedeutung Es gab mehrere Gründe, weshalb Venedig ein wichtiger Stadtstaat geworden war Es besaß eine stabile Regierungsform Im Handel auf sie war es erfolgreicher als alle anderen Stadtstaaten Vor allem, weil es über gute Werften, einen Flottenstützpunkt und eine Waffenkammer verfügte Durch den Handel mit dem Osten war die Klasse der Kaufleute sehr reich geworden Da diese reichen Kaufleute die Kunst unterstützten, kamen die Künstler in Scharen nach Venedig Venedig war zum Zentrum des europäischen Buchhandels geworden Es war der erste italienische Stadtstaat, der die im 15. Jahrhundert erfundene Druckerpresse für geschäftliche Zwecke verwendete Allerhand Bücher konnten damit gedruckt werden Lateinische, griechische und hebraische Texte für die gelehrten, romantische Erzählungen, Romane und einfache Lesetexte, Musiknoten, Atlanten und Karten, sowie anatomische und botanische Texte mit Bildern Es verfügte außerdem über eine berühmte Universität, an der man Wissenschaft, Medizin und Recht studieren konnte Zwei Karneval-Masten Venedig ist für seinen Karneval berühmt Karneval ist stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Auf Wiedersehen Fleisch Es ist die letzte Feier vor der Fastenzeit, während der die Christen kein Fleisch essen dürften Die Fastenzeit ist eine religiöse Zeit vor Ostern Mit dem Sieg über eine Nachbarstadt 1162 begann in Venedig die Karnevalstradition Mit der Zeit war aus der Feier eine Tradition geworden 1268 begannen die Menschen Masken zu tragen, um ihr Gesicht zu verstecken Diese Tradition besteht heute noch Mit verdecktem Gesicht konnte man den Gesetzen seiner sozialen Klasse entfliehen Wie hat Genua das Weltbild der Renaissance geprägt? Heute ist Genua, auf italienisch Genova, Italiens wichtigster Handels-Hafenstadt Sie liegt im Nordwesten Italiens, umgeben von Bergen im Norden und dem Tyränischen Meer im Süden Der Name Genua, auf Griechisch Genua, stammt von dem römischen Gott Giano, Beschützer der Schiffe und Münzen Er hatte zwei Gesichter und war angeblich der Gründer dieser Stadt Genua ist tatsächlich eine Stadt mit zwei Gesichtern Eins schaut auf das Meer hinaus und das andere ins Land Um seine Bewohner vor Eroberern zu schützen, war die alte Stadt von Mauern umgeben Genua war seit Jahrhunderten ein Knotenpunkt für Verkehr und Kultur Zwischen Westeuropa und dem Mittelmeer Der meiste Handel zwischen Italien und Nordeuropa kam durch diesen schmalen Landstreifen Durch seine Lage und die Initiative seiner Bürger wurde Genua zu einem der wichtigsten Handelszentren in Europa Mit dem ersten Kreuzzug aus dem Mittelalter kamen Kreuzritter aus England, Frankreich und anderen Teilen Europas nach Genua Die Flotten aus Genua transportierten diese Armeen zu den Häfen im Heiligen Land Für ihre Dienstleistungen wurden die Genuaner gut bezahlt, außerdem wurden ihnen in den von Christen kontrollierten Ostgebieten wichtige Handelsvorrechte eingeräumt Früher war es üblich, die Städte zu befestigen, die Mauern schützten die Bewohner vor Angriffen La Ville de Québec, Québec-Stadt, wurde vor 400 Jahren von Siedlern aus Frankreich, an den Ufern des St. Lorenz-Flusses gegründet Heute ist die Altstadt Quebecks, Vioxx-Québec, die einzige Stadt aus Nordamerika, deren Befestigungsmauern noch stehen Vioxx-Québec wurde 1985 von der UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, zu einem Weltkulturerbe erklärt 1261 gelang es der Marine von Genua die Herrschaft über Konstantinopel, der größten Stadt Europas und damit über den Handel im Schwarzen Meer zu erobern In diesen Häfen etablierten die Händler aus Genua sofort ihre Märkte Sie exportierten Wein, Olivenöl und Wolle und importierten Pelze, Felle, Mais, Gewürze und persische Güter Die reichen Familien aus Genua nahmen diese Gelegenheit der Expansion und des Handels zum Anlass, die Banco San Giorgio, die Bank des Heiligen Georg, zu gründen, um sowohl den Handel als auch die Marine aus Genua zu finanzieren Kaufleute, Händler, Schiffsbauer und die Marine konnten sich jetzt Geld zu niedrigen Zinsen borgen und waren daher in der Lage, mehr Schiffe zu bauen und mehr Seeleute anzuhören Mehr Schiffe ermöglichten den Händlern, sich weiter im östlichen Mittelmeerraum auszubreiten und ihren Handel mit der arabisch-muslimischen Welt zu vergrößern, wodurch der Stadtstaat Genua noch reicher wurde Zur selben Zeit gelang es auch Venedig, dem größten Stadtstaat Italiens, im östlichen Mittelmeerraum wichtige Handelshäfen zu etablieren Genua und Venedig wurden zu Rivalen und kämpften um Kontrolle über wichtige Handelsstationen an dem Ägäischen Meer, dem östlichen Mittelmeer und dem Schwarzen Meer 1382 unterzeichneten beide Stadtstaaten den Friedensvertrag von Turin, dadurch dürften sie ihre gegenwärtigen Handelsplätze weiterführen, ohne die Einmischung des anderen zu fürchten Aus diesem Grund konnten sie sich jetzt besser auf den Handel und das Geschäft konzentrieren, ohne wichtige Ressourcen für Krieg und Verteidigung verschwenden zu müssen Zur Zeit des Mittelalters war Genua eine Republik, an deren Spitze revalierende Familien oder Sippen standen Im 14. Jahrhundert einigten sich diese Familien auf eine Waffenruhe, wobei jeder einen Teil der Stadt unter ihre Kontrolle bekam In dieser friedvollen Zeit konnte sich Genua auf eine Erweiterung seines Handelsimperiums konzentrieren Bedingt durch diesen wirtschaftlichen Erfolg stieg die Bevölkerung im Jahr 1400 auf fast 100.000 an Deine Blue Jeans verdanken ihren Namen dem Wort Genes, Genua auf Französisch Der Baumwollstoff, ein Produkt aus Genua, wurde in Ballen mit der Aufschrift Genes nach Frankreich exportiert, von da gelangte er in die gesamte Englisch Sprachige Welt Genua und sein Handelsimperium um 1200 Auf dieser Karte sind die Handelsrouten Genuas zu sehen Wie könnten diese Routen zu einem Konflikt mit Venedig geführt haben? Nachdem es 1463 Konstantinopel als seine Verbindungsstraße für den Schwarzmeerhandel an das Ottomanische Reich verloren hatte, verlor Genua an Einfluss Genua geriet zunächst unter die Herrschaft des Stadtstaates Mailand und später unter die Herrschaft Frankreichs Obwohl die Familien aus Genua noch immer reich und unabhängig waren, wurde die Stadt erst 1528 durch den Staatsmann Andrea Doria, den späteren Diktator, wieder stärker Unter seiner Herrschaft erlebte Genua die Renaissance der Kunst und Architektur, die schon in anderen Teilen Italiens stattgefunden hatte Reiche Familien aus Genua bezahlten für den Bau von kühnen Meisterstücken, herrlichen Fresken und edeln, imposanten Palästen Die Familien wetteiferten darum, die berühmtesten Architekten und Künstler der Zeit einzustellen Künstler aus Rom, Florenz, Venedig und aus Nordeuropa waren damit beschäftigt, Wohnungen der reichen und öffentliche Gebäude zu verschönern Nachdem es 1463 Konstantinopel als seine Verbindungsstraße für den Schwarzmeerhandel an das Ottomanische Reich verloren hatte, verlor Genua an Einfluss Genua geriet zunächst unter die Herrschaft des Stadtstaates Mailand und später unter die Herrschaft Frankreichs Obwohl die Familien aus Genua noch immer reich und unabhängig waren, wurde die Stadt erst 1528 durch den Staatsmann Andrea Doria, den späteren Diktator, wieder stärker Unter seiner Herrschaft erlebte Genua die Renaissance der Kunst und Architektur, die schon in anderen Teilen Italiens stattgefunden hatte Kapitelende Kapitelende Schlussfolgerung Das Weltbild der Renaissance ist aus den Veränderungen entstanden, die nach dem Mittelalter in Italien stattgefunden haben Folgende Faktoren haben das Weltbild der Renaissance beeinflusst Geografie Die Stadtstaaten am Mittelmeer hatten Zugang zu den östlichen Handelsrouten Die Lage Italiens begünstigte den Kontakt zu islamischen und anderen Zivilisationen In Italien gab es wenig Ackerland Seine Bürger ernährten sich nicht von der Landwirtschaft Die Berge waren ein natürliches Hindernis für die Feinde, daher mussten die Stadtstaaten sich nicht auf die Verteidigung konzentrieren, sondern konnten sich eher auf das Gewerbe, den Handel und die Kunst konzentrieren Ideen und Kenntnisse Die Italiener waren ständig von Ruinen der antiken griechischen und römischen Zivilisationen umgeben, sie sehnten sich nach dem Verlorenen Wissen ihrer Vorfahren Kreuzritter und Händler brachten viele antike Schriften, sowie neue Ideen und Kenntnisse aus der islamischen und asiatischen Welt mit Gelehrte der Renaissance entdeckten die klassischen Werke der Griechen und Römer wieder Dies gab den Anstoß zu einer neuen Denkweise über die Rolle des Einzelnen Die neuen Ideen und Kenntnisse aus den griechischen, römischen, hebräischen, muslimischen und asiatischen Quellen legten Mehrwert auf das Individuum Diese glaubten jetzt ihren Lebensweg beeinflussen zu können Kontakt zu anderen Gruppen Während der Kreuzzüge transportierten italienische Schiffe die Kreuzritter und Güter ins Heilige Land Sie brachten aus Asien exotische Güter zurück und verkauften diese in ganz Westeuropa Mit dem zunehmenden Handel und dem Kontakt zu anderen Gesellschaften entwickelte sich eine Mittelschicht, die der reichen Kaufleute, welche die Architektur und Kunst der Renaissance unterstützten Ideen und Kenntnisse aus der islamischen Welt und von anderen Zivilisationen wurden in das europäische Weltbild und in die europäische Kultur aufgenommen Wiederhole und fasse zusammen Ersten Vergleiche die mächtigen Stadtstaaten von Florenz, Venedig und Genua Was hatten sie gemeinsam und was hat sie stark gemacht? Inwieweit war jeder einzigartig? Was glaubst du, inwieweit hat ihre geografische Lage zu ihrem Erfolg beigetragen? Zweiter Stell dir vor, ein neuer Schüler kommt in deine Klasse Anhand einer grafischen Darstellung sollst du jetzt für ihn die wichtigsten Ideen aus diesem Kapitel zusammenfassen Ziehe auch die Technologie zu Hilfe Übe mit einem Klassenkameraden und teilt eure Informationen Dritter denke über die Weltbilduntersuchung vom Anfang des Kapitels nach Wiederholt mithilfe der Methode denken, besprechen teilen, wie der Kontakt zu anderen Gruppen das Weltbild der Renaissance geprägt hat Nachforschung Vierter denke jetzt über die reichen Bürger aus den italienischen Stadtstaaten nach, die mit ihren Spenden die Kunst gefördert haben und wunderschöne Bauten in ihren Städten errichtet haben Suche dir ein Beispiel aus und mache ein Forschungsprojekt darüber Was waren die Gründe des Spenders? Was? Kann man aus dieser philanthropischen Geste über seine Werte und Vorstellungen sagen? Zeige, was du weißt Fünfter, wie hat der zwischenmenschliche Kontakt das Weltbild Italiens während der Renaissance geprägt? Sechster, wie hat sich das Leben der Menschen zu dieser Zeit verändert? Fasse deine Ideen mithilfe einer grafischen Darstellung zusammen Siebter, wie hat die Entwicklung der italienischen Stadtstaaten dazu beigetragen, das Weltbild der Renaissance zu verändern? Abschluss Achter, teilen Anhand der Methode denken, besprechen teilen sucht ein Bild, das das Weltbild der Renaissance am besten darstellt Es können Bilder aus diesem Buch sein, von der Wand in eurer Klasse, von einem Klassenkameraden oder von eurem Lehrer Neunter diskutieren, das kanadische Weltbild wurde durch den Kontakt zu vielen anderen Menschen geprägt Reflektieren Zehnter, in diesem Kapitel hast du oft Werte und Vorstellungen des kanadischen Weltbildes mit dem aus der Renaissance verglichen Denke jetzt über gemeinsame Werte und Vorstellungen von dir und den Menschen der Renaissance nach